Zum Kotzen, ey, dieses Aufnahmesystem ist so ein Müll. So, Munition alle, super. Und jetzt, hier gibt's ja wirklich nirgends Muni. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge The Strange Brigade. Ich fange heute das Level Die Verlorene Stadt an. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Wir glauben Seteke may have an even greater terror waiting, should her current plan of conquest fail. What kind of terror? We don't yet know. Which makes it all the more important that you find and destroy her last soul cage. Robbing her of her remaining magical power is the key to defeating her. Harmless looking hellworth. But what hidden horrors might be lurking within. One of the witch queens soul cage devices for instance. Send in The Strange Brigade So, da sind wir wieder. Da gucken wir doch gleich mal, was hier so abgeht. Okay, hier kann ich meine Waffe wieder, aber das sollte alles passen. Munition. Da gibt's einen Trank, den nehmen wir uns gleich mal mit. Was gibt's hier hinten noch? Kohle. Kohle nehmen wir natürlich auch gleich mit. So. Erstmal alles hochbejagt hier. Nimm mal. Was gibt's hier hinten noch? Oh, eine Truhe. Ach nee. Ein Sammlerstück. So. Ich guck gleich mal nach diesen blauen Krügen, alter. Weil die vergesse ich ja meistens immer. Aber ich konnte hier nichts sehen. Gut. Dann weiter. Was ist das? R1. Hä? Lull? Achso. Ich hab einfach mal so eine Mumie kaputt getreten. Mal schön gucken, ob hier irgendwas noch ist. Ja, die kann ich hier alle kaputt treten. Da ist ein Rätsel. Ah ja. Hä? Die leben irgendwie alle nicht mehr? Komisch. Oh, da hab ich eine Trophäe bekommen. Keine Ahnung für was. Irgendwas mit... Das ist meine Kampf... Kampf irgendwas. Ja, die treten wir mal alle hier zu Brei. Gut. Da ist das Rätsel's Lösung. Das heißt... Was ist das? Was ist das? Krone? Ja. Okay, einmal dieser... Was ist das? Ein Löwe? Oder ein Bulle? Keine Ahnung. Und dann die Krone. Also. Und dann die Krone. Ein Puzzle? Wie wird unser Hero solange so etwas lösen? Ich wusste, das würde den Trick machen. So. Da haben wir schon die erste Sache. Was ist denn da drin? Die Sporren der Krieg. Nur Geld. Ah, ja. Okay. Was ist hier noch? Achso, das sind diese richtig oder falsch Sachen. Ähm... Ja. So, ich guck gleich mal, ob hier wieder irgendwas ist. Katze wird mir ja... Okay. Kommen hier welche? Können wir eigentlich mal eine Granate reinfeuern? Bam. So. Noch jemand? Noch jemand ohne... Ohne Eintrittskarte. Kann man hier noch rein? Ne. Ich guck schon mal immer... Ich guck immer nach diesen... Nach diesen Krügen, Alter. Weil die können wirklich überall sein. So. Da haben wir noch ein paar Gegner. Komm dran hier! Komm dran! Hier noch irgendwas. Da kann man auch durch. Die Frage ist nur, ob ich da nochmal... Ob ich da wieder rauskomme. Junge! Ist hier noch irgendwas? Wenn, dann ist hier, glaube ich, eine Sammelsache. Ich guck mich mal ein bisschen um. Okay, hier ist ein... Oh, los. Ja, ich müsste nur mal treffen. Okay, er ist weg. Und ein... Was ist das? Eissturm. Okay, da kann ich die vereisen, die Viecher. Hier komme ich noch nicht lang. Da geht's wieder runter. Aber da hinten ging's doch noch lang, oder? War hier noch irgendwas? Oh, hier ist noch Geld. Ich hab fast verpasst. Gut, dann geh ich da mal weiter. Weil sonst wär ich ja hier wieder runtergekommen. Das ist jetzt relativ wurscht. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Hier kann man, glaube ich, auch noch rein. Ach, da sind wieder irgendwelche... Hier gibt's wieder irgendwelche extra Viecher, Alter. Die mal zuerst weg müssen. Kann natürlich auch den mal hier abfeuern. Brutal. Haben wir hier gleich wieder einen riesen Fight, Alter. Da oben ist noch einer, so wie es aussieht. Und den noch. So, ist da oben einer? Wo ist denn der? Da. Komm runter, da. So. Komm ich nicht hier rein. Achso. Null. Der macht auf hier die Kiste. Ein Rätsel. Ein kleines, schönes Rätsel. Kohle. Ja, aber was für ein Rätsel. Keine Ahnung. Achso, das da. Ja, da brauche ich erstmal die Lösung. Ach, da ist sie. Ähm. Krone. Wenn das eine Krone sein soll. Zweimal Krone. Dann oben irgendwas geweltet. Das da. Dann haben wir Geboddel. Ah, das wahrscheinlich. Nochmal die Krone und nochmal in der Mitte das Ding. So. Okay. Eine Sammelsache. Und zwei Kisten jeweils. Beziehungsweise jeweils eine Kiste. Brutalitätsedelsteine. Keine Ahnung, was man mit dem macht. Und Geld. Okay. So, das Ding kann ich nicht mitnehmen, leider, weil ich nur einen so ein Teil tragen kann. Das ist aber nicht so schlimm. Gut. Ah, so ein blaues Ding sehe ich hier nirgends, ey. Komisch. Komisch. Was ist das hier für ein Teil? Das ist ein Teller. Teller. Da geht es schneller. So, Munition mal wir mitnehmen. Additional Ammunition. Astounding. Piu. Tja, die Frage ist, wo ich gehe ich zuerst lang? Unten oder oben? Hier ist mir echt schon wieder so ein Rätsel. Die Rätsel kommen hier echt am laufenden Band. So. Hä? Ja, jetzt hätte ich es fast. Nur die sind immer noch falsch rum. Jetzt habe ich es. So. Ja, super. Keine Sammelsachen, oder was? Loot, loot, loot. Und schon wieder Kohle. Gut. Ja. Ja. Joa, jetzt hat er mich natürlich erwischt. Kommt da auch noch einer raus? Hier liegt irgendwas. Da. Habe ich das vorhin nicht gesehen, Alter? Mein Gott. Okay. Gut. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Das wäre der perfekte Platz für so eine andere, für so ein blaues Ding. Da war eine Katze. Da ist er. Ja, man sieht natürlich, wie toll das funktioniert. Nämlich gar nicht. So, hier hinten. Ich höre hier immer irgendwelche Viecher, aber ich sehe keinen. Hä? War ich hier schon? Achso, hier war ich noch nicht. Kohle. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Mäuse, Mäuse, Mäuse. So. Gibt es hier noch was blaues? Ach, das ist alles so... komisch manchmal hier. So. Nichts blaues. Ich sehe hier gar nichts, Alter. Da gibt es noch Harmonie. So, und hier muss ich nochmal ein Rätsel lösen. Ich sehe nur, wie das genau funktionieren soll. Was hat denn sich jetzt geöffnet hier? Gar nichts, oder? Hä? Also irgendwo müsste ja was sein, aber ich sehe hier irgendwie nichts. Ach, da oben. Ja, was Kombination. Kann ich ja sagen. Nee. Der. Und da sind es die Wellen. So. Geschafft. Nochmal Munition holen. Für den Ernstfall. Wer weiß, was kommt. Wer weiß, dass schon... So, gibt es hier noch was? Oh, nix. Die müssen doch hier irgendwie... diese blauen Teile mal eingebaut haben. Weil wenn ich hier gucke... Dann gibt es hier auch vier Stück. Aber ich sehe hier keinen einzigen, Alter. Ist da drüben irgendwas? Naja. Ah, hier gibt es ein Pack-a-Punch. Dann nehmen wir doch gleich einmal mit. Geil. Geil. So, mach auf da. Die haben wir gleich mal, ähm... ruhig gestellt. Gibt es hier noch irgendwas? Wenn ich vielleicht hier rausgucke. Was hier irgendwo so ein blaues Ding ist... Ah, ich sehe echt nix. Also hier sehe ich nix. Da ist nochmal ein Fenster. Auch nix. Da kann ich nur meine Waffen modifizieren. Auch nix. Da unten ist nochmal so ein anderes Teil. Gibt hier irgendwo Gegner? So, jetzt nochmal eine Katze. Da ist sie. Gut. Haben wir schon die zweite. Gucken wir hier mal weiter. Ja, hier könnte natürlich überall so eine Sammelsache liegen, aber... Ich sehe hier schon wieder nix. Ich sehe hier auch keine blauen... Krüge. Die ich kaputt hauen kann. Beziehungsweise kaputt schießen. Die müssten ja dann hier auch irgendwo stehen. Also eigentlich hätte einer schon da sein müssen. So weit, wie ich jetzt schon gespielt habe. Boah. Jetzt habe ich mich aber wirklich erschrocken. Kommen wir da rein. Komme ich nicht lang. Und da ist auch nix weiter, ne? Ne. Gut. Dann weiter. Weiter. Da ist wahrscheinlich einer drin. Oder auch nicht. Hier sind nochmal ein paar Krüge. Huch. So, der große Dorfplatz. Hier ist wahrscheinlich wieder ein kleiner Fight gleich. Hier sind aber viele Dinger, Alter. Vielleicht ist hier auch ein großer Fight. Ich weiß es nicht, weil hier gibt es zweimal... Zweimal Energie. Da spreng ich mir gleich mal den Weg frei. Alright. Okay, hier ist auch nix. Hä? Von hier bin ich doch gekommen, oder? Blui. Tja. Okay. Da kann man noch lang. Mal gleich mal auf das Ding. Hier ist auch nix weiter. Ne. Gut, dann gucke ich hier hinten nochmal. Auch nix. Ja, von da bin ich gekommen. Andere Seite nochmal abchecken. Aber Munition natürlich auch mitnehmen. Hier ist wahrscheinlich nochmal was drin. Oder da kommt was raus gleich. Je nachdem. Also hier könnte es richtig sportlich gleich werden, weil es ist relativ groß. Die Area. Ich start einfach mal das Ding und dann gucke ich mal. Große Gefahr, Strange Brigade. Sektis Falle. Oh Gott. Ist das ein neuer? Oh, wie viel sind das, Alter? Ja, das sind relativ viele. Ich kann ja mal versuchen, mit dem das irgendwie zu regeln hier. Da schon mal ein paar weg haben. Das hat ganz gut funktioniert. Alter. Gucken wir mal, jetzt kommen sie wieder alle. Oh, das sind aber viele. Warte mal, ich habe hier noch meine andere Waffe. So, dann haben wir die schon mal weg. Jetzt müsste ich nur noch treffen. Dann wäre es perfekt. Kannst doch nicht nachladen, das Ding, ey. Oh, hinter mir. Ja, moin. Ich habe gar nicht gesehen. Wie kommen wir denn noch? Alter. Warte mal, ich habe hier noch eine Granate. Ich könnte aber halten. Der weicht mir mal aus, der Kollege. Alter, jetzt geht es hier richtig rund, ey. Das ist schon wie so ein Bulle, habe ich gehört. Da ist er. Ich halte da mal rauf, hier. Alter, Waffe leer. Scheiße. Aber ich habe noch den hier. Können wir ein bisschen was richten. Stirb. So. Der ist hin. Das war es natürlich noch nicht. Pack-A-Punch habe ich jetzt gar nicht hier gesehen. Ich brauche mal kurz ein Ding hier. Nimm es doch mal. Nicht unbedingt diese da oben. Viecher da weggekommen, Alter. So. Holen wir erstmal die hier weg. Den nochmal. Ui. 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 Den weg. Alter, hier geht es richtig ab, ey. Ui. Ui. Der schickt die da hoch, auf jeden Fall. Da ist schon wieder so ein Typ. Stirb. Und ein großer. Und ein großer. Gehen wir mal mit dem weg. Zack. Ja, das geht. Das geht. Aber sind schon relativ viele, ne? Wenn ich mir das hier so angucke. Zack. Hammer. Lol. Was gibt denn das für einen Monsterkill, ey? Total. Alter, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Alter, jetzt reißt es langsam mal hier. Du kriegst von jeder Seite, Alter. Von jeder Seite bekommst du hier. Ich hab noch 10 Schuss. Ich versuch die jetzt mal so nach und nach irgendwie alle mal wegzuholen hier. Irgendwie versuchen, dass sie wenigstens irgendwie... ...irgendwie hier mal... ...das irgendwie mal zu Ende geht. Ich hab schon wieder so einen Renner gesehen, ey. Weil Muni bräuch' ich ja sonst auch mal wieder hier. Das ist ja leer. Ich muss in irgendeine Ecke mal kommen, wo ich mal ein bisschen Ruhe hab', wo ich die mal abschießen kann. Alter. Alter. Und noch ein Zombie. Zum Kotzen, ey. Dieses Aufnahmesystem ist so ein Müll. So, Munition alle. Super. Und jetzt? Hier gibt's ja wirklich nirgends Muni. Auf jeden Fall hab' ich hier nirgends wo Muni gesehen, außer diesen einen Punkt. Da! Alter, das ist sowas Bescheuertes. Also, ich drück' Viereck und er nimmt's halt einfach nicht auf, ne? Ja, super. Durchdurch? Alter, was kommt denn jetzt noch? Ach, du Scheiße. Was ist das, was ich hier höre? Die Anrufe von einem anderen von Satekis Champions? Kein Problem, sicherlich für den... Oh, ich sage, der Bounder hat sich eine Schild. Das ändert sich eher Dinge. Schild Champion. Ja, moin. Wie soll ich denn den killen, Alter? LOL! Er springt mich einfach an und ich bin fast tot. Wo ist denn der Schild Champion jetzt? Da ist er. Den kann ich wahrscheinlich nur über diese Dinger hier besiegen. Ja, Reload Time ist super. Ich bräuchte irgendwie mal... Irgendwie so'n... Ach Gott, oh Gott. Wo ist denn das Viech? Wenn die da alle reinrennen, wäre ja gar nicht mal so schlecht. Krank. Versucht jetzt mal irgendwie noch an das... An dieses Ding da reinzukommen. Nimm's halt einfach mal in die Hand, du Kack! Du Kack-Teil! Es nervt mich so. Es nervt mich so extrem, Alter. Weil es halt nicht funktioniert, ey. Ja, super. So eine Scheiße, ey. Ich versuch's nochmal, äh, mit dem... Dass ich hier den irgendwie mit Feuer wegbekomme. Aber wenn der da reinrennt, wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ja, super. Das hätte ich ihn ja fast schon gehabt, ey. Junge, Junge, Junge. Ich versuch mal, ob ich den Trank noch bekomme. Ach, krank, Alter. So, den hebe ich mir immer noch auf, den Trank. Guck mal, ich schieße da rauf. Es passiert halt nichts, Alter. So, komm rein da. Geh doch mal rein da, Junge. So schlau kann der doch gar nicht sein. Stirb! Stirb, Bulle. Und da kommen wieder die anderen Renner, ey. Ich dreh durch. Lauf, 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 lauf! Jetzt können wir wieder so einen anderen Idioten, ey. Wahnsinn. So. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, mal im Kreis zu rennen, hier. Ist er tot? Gleich. Jetzt ist er tot. Bam. Komm. Alter. Und ein Trunk bitte nochmal für mich. Junge. Junge. Alter, was war das denn für ein Fight, ey. Ich hab mir schon gedacht, dass es ein richtiger großer Fight wird, aber dass es so ein krasser Fight wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hui. Alter Schwede. Das war jetzt echt krass. Ich guck nochmal, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaub, hier ist sonst nix weiter. Diese blauen Dinger hab ich jetzt auch nicht gesehen. Ich konnte mich sogar einmal wiederbeleben. Einfach mal so. Das fand ich ziemlich nice. Aber nur, weil ich noch so einen Trank hatte. Was soll ich denn damit, Alter? Ich geh da nochmal ran. Irgendwie so ne... Flammenwerfer so kacke. Was soll ich denn damit mit dem Scheiß? Gib mir nochmal was hier. Letzter Versuch. Gut. Da gibt's nur zwei Waffen. Da nehm ich halt die. Meine Hauptwaffe ist eh die hier. So. Weiter geht's. So Leute. Dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne mit dem nächsten Mal, wo es genau hier weiter geht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und ein Kommentar da. Ist komplett kostenlos für euch. Dann hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.